Vielen Dank. Frau Baerbock, würden Sie sagen, Sie wurden während Ihrer schulischen Laufbahn in Pattensen ausreichend auf den anspruchsvollen Job einer Außenministerin vorbereitet? Das ganze Internet lacht gerade eben über diese Antwort von Frau Baerbock, die wir uns natürlich nicht entgehen lassen werden. Der Bürger konfrontiert sie hier und stellt die ganz einfache Frage, ob sie denn wirklich davon ausgeht, dass sie ausreichend für ihre Karriere des Auswärtigen Amtes vorbereitet wurde als Außenministerin. Und natürlich die Antwort, da blamiert sie sich bis auf die Knochen. Allerdings muss ich wirklich sagen, dieses Video hat auch etwas Tragisches an sich, weil während ganz Deutschland darüber lacht, geht eine andere Meldung sozusagen unter deswegen. Und zwar ein neuer gewaltiger Betrugsskandal, an dem Annalena Baerbock beteiligt ist. Bevor wir also die Antwort von Frau Baerbock hören, möchte ich Sie ganz kurz über diese neue Situation informieren, weil, und Experten haben jetzt mittlerweile das schon angekündigt, könnte man davon ausgehen, dass dies jetzt ein für alle Mal das Fass zum Überlaufen bringt. Und Frau Baerbock, wie gesagt, war jetzt schon äußerst angeschlagen nach dem gewaltigen Betrugsskandal, der mit den Afghanen stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob Sie darüber Bescheid wissen, aber es wurde ja festgestellt, dass Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes Afghanen illegalerweise nach Deutschland gebracht haben. Und Frau Baerbock soll hier ganz vertrauliche Informationen gehabt haben und diese zurückgehalten haben. Und jetzt, wo sie gerade eben so ein bisschen aus dem medialen Feuer raus ist, was die Afghanistan-Geschichte betrifft, kommt dieser neue Fall. Und das könnte tatsächlich ihr Ende bedeuten. Es gibt einen gewaltigen Visabetrug und zwar, was den Libanon betrifft. Also wir hatten zuvor Afghanistan, jetzt kommt der Libanon. Und es geht um das Auswärtige Amt und ganz besonders auch um das Goethe-Institut, die ja eng miteinander zusammenarbeiten. Und zwar Mitarbeiter des Goethe-Instituts sollen in mindestens 400 Fällen illegale Visas ausgestellt haben für Ausländer, die damit dann nach Deutschland einreisen konnten, obwohl diese Ausländer eben die sprachlichen Qualifikationen nicht bestanden haben. Es wurden sozusagen die Tests dieser Ausländer gefälscht, damit diese dann letztendlich doch nach Deutschland einreisen konnten. Und natürlich ist dabei auch Geld geflossen. Also wir haben ja auch einen großen Korruptionsskandal am Laufen. Und Annalena Baerbock ist als Außenministerin für diese Fälle verantwortlich. Man sieht ganz deutlich, sie hat ihre Behörde letztendlich nicht unter Kontrolle, anders kann man es nicht sagen. Und es geht runter und drüber in diesen Einrichtungen. Und tatsächlich, wie gesagt, zeigt das auch, dass sie als Außenministerin vollkommen unfähig ist und keinerlei Führungsqualitäten mitbringt. Und die Kirsche auf der Sahnetorte sozusagen ist, dass das Auswärtige Amt tatsächlich gerade eben den Etat für das Goethe-Institut nochmal um 15 Millionen Euro erhöht hat. Und jetzt fragt man sich allen Ernstes, dass es ja unter Annalena Baerbock passiert, wofür wird hier das Geld letztendlich aus dem Fenster geschmissen? Und jetzt, wo ich sie über diese neueste Entwicklung informiert habe, schauen wir uns nun die Antwort von Frau Baerbock an. Wie hat sie sich während ihrer Schulzeit auf ihren Posten als Außenministerin eigentlich vorbereitet? Sondern Sport lernt ein so vieles. Und auch das Amt der Außenministerin, das ist jetzt natürlich ein schönes Bild, aber es passt halt so, beim Trampolinspringen, da geht es hoch und runter. Und das hat mich sehr gut darauf vorbereitet, dass es nicht nur im Leben, sondern auch im politischen Leben mal auf und mal ab gehen kann. Ich kann es kaum glauben, was Frau Baerbock da von sich gibt. Ihre Qualifikation ist also ihre Trampolinspringerlaufbahn, in der es auch mal auf und ab geht, wie als Politikerin. Ich meine, bei solch einer Antwort, da sieht man schon, welche Inkompetenz letztendlich Frau Baerbock mitbringt. Und genau diese Inkompetenz wird auch immer wieder in ihren Reden deutlich. Und auch heute vor neun Stunden hat sie eine Rede im Bundestag gehalten. Und jetzt kommt der große Witz. Und natürlich der gewaltige Libanon-Betrugsskandal kam dabei nicht vor. Was aber vorkam, sind natürlich die bösen Russen und was für eine große Bedrohung, die letztendlich für die NATO sind. Immer dieselbe Leier. Und was mich wirklich fassungslos gemacht hat bei dieser Rede, ist diese Aussage, dass die Unterstützung der Ukraine keine Charity-Geste sei, sondern dass es hierbei um Sicherheit und den Erhalt von Europa ginge. Und ja, diese Aussage können wir uns mal genauer anschauen, wenn wir uns doch einfach mal die Unterstützung der Ukraine der letzten Jahre anschauen, sich dabei wirklich nicht um eine Charity-Veranstaltung handelt. Und wenn ich mir das hier so durchlese, dann komme ich zu einem ganz anderen Urteil. Und zwar sage und schreibe 34 Milliarden Euro wurden der Ukraine mittlerweile zur Verfügung gestellt. Eine gewaltige Zahl, die letztendlich vom deutschen Steuerzahler aufgebracht wird und in unserem eigenen Land dann fehlt. Und dabei eingerechnet sind natürlich nicht die erheblichen Kosten der ukrainischen Flüchtlinge, die gerade eben durch das Bürgergeld durchalimentiert werden. Wie Ihnen vielleicht bekannt sein dürfte, sind nur 25% der ukrainischen Flüchtlinge in Arbeit und 75% beziehen derzeit Bürgergeld. Letztendlich lässt sich also festhalten und schreiben Sie mal Ihre Meinung in die Kommentarbox, ob Sie mir hier zustimmen. Frau Baerbock ist nicht nur inkompetent, sondern sie hat auch ihre eigenen Ministerien nicht in Griff. Jeden Tag tritt ein neuer Betrugsskandal auf und deswegen wird es endlich Zeit, dass die Dame schnellstmöglich zurücktritt und es zu Neuwahlen in Deutschland kommt. Vielen Dank und bis bald.